Christian Lindner verhöhnt seine Steuerzahler auf X und gleichzeitig verhöhnt er noch Svenja Schulze. Denn er hat an dieser Stelle mittlerweile kein Blatt mehr vor den Mund genommen in einem Heute-Journal-Interview, wo er ganz klar hier Svenja Schulze mit Blick auf die ganz einfach Entwicklungshilfe kritisiert hat. Denn er sagt natürlich immer öfter, Ukraine-Hilfe, ja Kühlschränke für natürlich Kolumbien und Radwege in Peru müssen dann doch nicht sein. Denn das sind die Steuergelder der deutschen Steuerzahler. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuer mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und wir schauen uns hier auf Steuer mit Kopf ja auch immer wieder steuerpolitische Themen an, die dich interessieren und wo man ganz klar sagen kann, na das kann durchaus mal richtig teuer werden. Und ich musste ganz klar sagen, ich bin ja sonst nicht auf X, aber ich muss sagen, ich finde es zurzeit spannend, wie auch hier Christian Lindner im Grunde einen Kalauer nach dem anderen raushaut, wie zum Beispiel wir müssen mit dem Haushalten, was die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler uns zur Verfügung stellen und die Menschen müssen darauf vertrauen können, dass wir sorgfältig mit den Mitteln umgehen, die sie erarbeiten. Weiter gibt es hier natürlich noch andere Kommentierungen, wo es dann relativ spannend war, wo hier zum Beispiel hier auch dieses Thema. Und da musste ich auch sehr, sehr lachen, als ich das nochmal gelesen habe. Und zwar, liebe Bild-Zeitung, euer morgiger Titel, so viel weniger haben Sie bald vom Lohn, ist absurd. Gut, es wird komplett ignoriert, dass ab 01.01.2025 der Grundfreibetrag in der Steuer und der Steuertarif verändert werden müssen, sprich mehr Netto vom Brutto. Bitte seriös nacharbeiten. Und ich weiß nicht, ob mein Kommentar auch hier direkt jetzt relativ weit oben mit dabei ist, doch da ist er auch gleich. Und zwar hier, ganz spannend ist immer, kommt darauf an, welches Netto man nimmt. Auf dem Lohnzettel wird mehr stehen, aber dann kommt die CO2-Abzocke, Lkw-Maut und alles erst vor kurzem erhöht worden und wird auch weiter erhöht. Und man sieht schon auch hier in den Kommentierungen drunter, wenn aus dem Müssen ein geworden ist, können wir gerne über politische Seriosität diskutieren. Dann, dass Inflationsausgleichsgesetz 2021, das für 2023, 2024 genau die Wirkung hatte, dürfte mir etwas Glaubwürdigkeit geben. Naja, es stimmt so nicht ganz, wie gesagt, denn das ist im Grunde der Punkt, den auch Christian Lindner bei seiner steuerpolitischen Diskussion immer gerne vergisst, ist eben, es geht hier schlicht und ergreifend natürlich um das Netto vom Lohn. Und ich meine, klar, jeder Arbeitnehmer wird jetzt ein höheres Netto auf der Lohnabrechnung haben. Nein, doch, und das ist der springende Punkt, es gibt Kosten, die andersrum erhöht worden sind. Wie gesagt, Ticketsteuer jetzt zum 1. Mai, dann was hatten wir noch, die Umsatzsteuerrückkehr zu 19% hier mit Blick auf Energiekosten, was ja wieder der Fall war, dann im Grunde die CO2-Abzocke, die erhöht worden ist, dann die Lkw-Maut und auch diese Kosten steigen weiter. Plus die kalte Progression, die ja noch zuschlägt, vor allem bei höheren Einkommen, wo man ganz klar sagt, das ist ein Thema. Oder zum Beispiel auch hier die Steuererhöhung mit Blick auf die entsprechende Thematik von Elterngeld für, sag ich mal, vermögende Personen, wo man sagt, dass diese Beträge heruntergesetzt worden sind. Das ist wirklich auch ein Schlag in das Gesicht von Frauen, die im Grunde hier eigentlich auch finanziell erfolgreich sind. Und hier wiederholt sich Christian Lindner immer wieder und sagt, ja, falsch, Freibetrag und so weiter. Aber das ist natürlich hier einfach völlig falsch. Gleichzeitig schießt er aber auch in der Bild, beziehungsweise im Heute-Journal, wie angekündigt, ja, gegen hier Svenja Schulze. Fiese Lindner-Breitseite gegen Ministerkollegin. Und zwar im ZDF-Heute-Journal hat hier Christian Lindner durchaus etwas gesagt. Und zwar, wir tun sehr viel für unsere Streitkräfte, für die Landes- und Bündnisverteidigung. Ebenfalls unterstützen wir die Ukraine sehr stark. Wir können uns nicht überall auf der Welt, wie bisher oder wie gewünscht, engagieren. Deswegen müssen wir uns Prioritäten setzen. Und dann, es schießt er nach unserer Bundeswehr und Ukraine, ja, aber wir können nicht mehr jeden Radweg in Peru mit dem Geld der deutschen Steuerzahler bezahlen. Das heißt, die Radwege für in Peru, und da muss ich mir wieder sagen, das ist ja auch das, was Svenja Schulze und das Entwicklungsministerium auch nicht verstanden hat. Ich habe es ja auch schon oft genug gesagt, es ist ja so, das ist ja klar, es gibt hier Zuschüsse, einmal 20 Millionen, die sind weg. Also ist ja ganz klar, schreibt auch die BILD so. Aber hier ist es dann so, Fahrradwege, Schnellnetze in Lima. Und es wurden hier 2022 noch 24 Millionen mehr zugesagt. Und dazu kommen Kredite für Verkehrsentwicklung, die Deutschland dem südamerikanischen Land gewährt hat. Und die zurückgezahlt werden müssen. 15. Vorsichtig. Das ist etwas, was man hier durchaus immer mit Vorsicht genießen muss. Denn ich habe es euch ja schon mal vorgestellt. Und zwar, ich versuche mal, ob ich es jetzt halt schnell auf die Schnelle finde. Bundes, Steuer, Steuererlass, Bunde, was heißt es, Erlass, Erlassentwicklungshilfe. Genau hier, jetzt habe ich es nochmal schnell hergefunden, findet ihr, wenn ihr einfach googelt hier, Erlassentwicklungshilfe. Und da gibt es hier die deutsche Schuldenforderung und Schuldenerlass. Und das vergessen viele. Und hier, wenn man runter geht zu den Schuldenerlassen, dann hat man hier eine Liste der deutschen Schuldenerlasse, wird jährlich aktualisiert. Und hier haben wir nämlich 2022 den letzten Stand, oder? Genau, Dezember 2022. Und plötzlich, wenn man hier jetzt runter geht, unter P, dann findet man hier auch Peru. Das sind es keine 233 Euro, sondern das sind im Grunde hier Millionen. Hier ausgesprochene Erlasse außerhalb der HI-PC oder innerhalb der HI-PC. Das sind unterschiedliche Varianten. Aber hier ist Peru mit 230 Millionen mit dabei. Also vorsichtig sein, was hier natürlich auch Spenja Schulze immer wieder gerne sagt, das wären hier, ja wie heißt es, und die zurückgezahlt werden müssen. Das stimmt so nicht, sondern die werden auch oftmals erlassen. Und vor allem sind auch zinsvergünstigt. Denn Fakt ist nun mal, diese Länder würden auch so keine Kredite bekommen. Das heißt, hier ist es teilweise so, dass es heißt, hey, also ich kenne jetzt die Zinskommission nicht, aber normalerweise würde dieses Land, was weiß ich, 10, 15% Zinsen zahlen, weil eben die Stabilität dort nicht so gegeben ist. Dann sagt Deutschland, halber Satz ist in Ordnung, 7%. Die werden dann aber auch wieder erlassen. Also das ist, wie gesagt, dieses Thema und deswegen vorsichtig sein. Und da finde ich es auch spannend, wenn man dann gleichzeitig in die Richtung geht und sagt, ja, man kann den Renten nicht mehr zuschießen, weil man zum Beispiel hier auch viel Steuergeld für die Renten, Zuschüsse des Bundes an die Rentenversicherung, der Stattung für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung laut Bundeshaushalt 24, da ist es zum Beispiel so, dass es jetzt diese 127 Milliarden werden ja hier dem im Grunde zugeschossen, der Rente, ganz einfach, weil die ganz einfach Umlagen ja nicht mehr ausreichen. Deswegen steigen ja dementsprechend auch hier in Deutschland bald die Beiträge, wo man ganz klar sagen könnte, hätte man diese 45 Millionen jetzt mal schnell plus noch die Kredite und so weiter, das sind glaube ich insgesamt 300 Billionen, um die es hier geht, die jetzt in Peru zugesagt worden sind, oder auch hier mit Indien, hätte man durchaus natürlich ganz klar sagen können, das Geld wäre doch hier besser auch in Deutschland aufgehoben und hätte man in die Renten investieren können, anstelle dessen, dass man hergeht und sagt, hey, das passt doch nicht so ganz dahin. Aber wenn du jetzt selber sagst, hey, ich möchte nicht mehr so viel hier Steuern zahlen, dann schau mal ganz kurz hier auf www.steuermekauf.de, Steuern sparen mit PV-Anlagen, da haben wir eine umfangreiche Seite aufgebaut, wie du auch noch für 2022, 2023 Steuern sparen kannst. Einfach dann mal hier unten schnell diesen Infobox hier ausfüllen, und zwar diesen Artikel ausfüllen, den Fragebogen und ab einem Investment von 200.000 Euro kannst du dir dann auf die Schnelle noch mal mindestens 50.000 Euro oder bis zu 50.000 Euro hier bei natürlich 200.000 Investment hier ganz einfach erstatten lassen vom Finanzamt und schon hast du natürlich weniger Steuerbelastung. Und damit tust du auch natürlich noch was ganz Gutes, denn du kannst deine Rendite damit erhöhen und nach den neuen Gerüchten, ganz wichtig, aktuell Eigenkapitalrendite circa hier bei über 70%, wenn du Fremd finanzierst, aber es soll aktuell diskutiert werden hier mit einem neuen Gesetz noch mal die, sag ich mal, KW-Zahlen, die Euro pro KW weiter zu erhöhen. Was bedeutet, die Rendite könnte hier für das eingesetzte Eigenkapital theoretisch auf 90% pro Jahr steigen, wenn das so kommt. Je nachdem, wie die Auslastung ist und wie vor allem natürlich auch dann der Gesetzgeber hier das Ganze anhebt. Richtig, richtig spannendes Investment kann ich nur empfehlen für jeden, der Steuern sparen will und vor allem, sag ich mal, auch das grüne Narrativ zumindest hier ein bisschen ausnutzen will, dann durchaus mal hier auf www.steuer-me-kopf.de gehen und schon natürlich können wir dort den Kontakt mit unseren Partnern herstellen. Hast du weitere Fragen zur aktuellen Entwicklung hier mit Blick auf die Steuergeldverschwendung in Deutschland, dann schreib sie uns unten in die Kommentare.